Mein Name ist Frank Tiggemann. Ich habe vor 25 Jahren gemeinsam mit meiner Familie diesen Betrieb von der Treuhand übernommen und in den vergangenen Jahren in vier Richtungen entwickelt. Das wichtigste Standbein ist bei uns die Jungsaurenvermehrung, die wir jetzt mittlerweile seit 22 Jahren mit der PIC auf unserem Betrieb durchführen. Und seit gut einem Jahr ist Gesink Tierzucht, die für uns im Prinzip die Vermarktung und den Technical Service übernehmen. Die Vermarktung ist einfach über Tierzucht Gesink sehr flexibel, sehr zuverlässig. Sie haben sehr gutes Team und ich denke, die sind sehr gut aufgestellt für die Zukunft, um die Märkte zu erschließen. Mein Name ist Katrin Elbert. Ich arbeite jetzt seit Dezember 2020 bei der Firma Gesink Tierzucht. Meine Hauptaufgaben hier auf dem Betrieb Tiggemann sind die Produktionsberatung zum einen, zum anderen aber auch die Überwachung des Zuchtprogramms. Um den Zuchtfortschritt zu gewährleisten, schaue ich mir den Betrieb regelmäßig an und besuche ihn ungefähr alle drei Monate und dann besprechen wir gemeinsam die anliegenden Punkte. Also die PIC Camberosau ist im Prinzip für alle Betriebe sie interessant, aber es ist speziell für das geschlossene System von Vorteil, weil sie auch äußerst einfach zu handhaben ist. Sie ist in der Abferklung sehr leicht und da habe ich eben durch die homogenen Würfe bei der Camberosau relativ geringen Arbeitsaufwand in der Abferklung. Ich bin Jenny Fuchs. Ich bin Tierärztin im Betrieb von Frank Tiggemann. Ich betreue die Betriebe Sachsendorf und Podelzig. Ich bin hier für diesen Betrieb angestellt, betreue keine weiteren Schweinebetriebe und es ist ein System, was jetzt seit 2016 sehr gut funktioniert. Dieses System ist auch für den Endkunden sicherlich interessant, da wir erstmal einen hohen Hygienestatus bieten können. Gesundheitlich ist die Sau sowieso sehr stabil. Trotz alledem kann man auf die Ferkelgesundheit und die Sauengesundheit immer sofort eingreifen und sofort reagieren, was denke ich auch für den Käufer sehr interessant ist. Diese Sauen sind wirklich sehr umgänglich und was immer sehr auffällt ist, wenn man durch den Stall geht, die Tiere sind sehr, sehr ruhig beim Abferkeln. Das sind sehr gute Muttersauen. Diese ganzen Punkte bereiten sehr viel Freude bei dieser Arbeit mit diesen Tieren. Also im Bereich Biosicherheit haben wir in den letzten Jahren deutlich aufgerüstet. Also wir haben eine dreifache Einzäunung von unseren Stallanlagen, um wirklich absolut zu verhindern, dass Unbefugte das Gelände betreten bzw. Wild das Gelände betritt. Wir haben UV-Schleusen eingebaut, einmal für Handys, für die klassische Butterbrot-Dose. Zusätzlich haben wir ja die Desinfektionsschleuse für die Fahrzeuge, die die Sauen im Prinzip abholen oder beziehungsweise die Ferkel, die wir von dem Einbetrieb zu dem Wanderbetrieb fahren, um dort eben die Sicherheit zu haben, dass wir dort uns nicht irgendwo einen Erreger einholen. Und das hat ja auch seit 22 Jahren wirklich sehr gut funktioniert. Und das A und O ist, das habe ich in den vergangenen Jahren gelernt, ein gesunder Bestand ist die halbe Miete bei der Produktion nachher. Weil die Probleme, die ich erst gar nicht habe, die muss ich auch nicht bewältigen.